Moin Leute, Corlas hier. Ich zeig euch heute mal den Anakin-Effekt. Was ist der Anakin-Effekt? Ganz einfach. Der Neuling, beziehungsweise Anlehrling, den ihr in Arma 3 mitnimmt, findet auf einmal die Navid und fühlt sich von diesem Zeitpunkt an absolut overpowered. Und meint, er kann jetzt alles und jeden besiegen, unter anderem auch dem Lehrmeister. Hier ein kleines Beispiel. Grüße an Urkart. Ihr werdet sehen, was ich meine. In manchen Dingen, in vielen Dingen, bin ich ihm weit voraus. Ich bin bereit für die Prüfungen. Ihr unterschätzt meine Macht. Versuch es nicht. You did it! Ich renne ins Nachbarhaus. Alles klar. Bist du? Fuck! Ne, ich bin doch... Haha, wen hab ich denn da? Ach du kacke, was kommt denn hier jetzt noch alles? Irgend'n Fahrzeug. Jetzt hast du den Darnan-Dude erschossen. Okay. Ach, ich hab's doch gewusst. Hihihi. Aber ich hab's mir schon gedacht. Wer hätte ich den jetzt getötet? Ja, das Sascha. Lohnt es sich, so'n ACO zu verkaufen? Also so'n Rundpunkt-Visier? Also ich... Nö, das ist eigentlich nur noch. Also ich hab für mich festgestellt, ich komm damit zehnmal besser, klar. Ja, du spielst auch ne Navid primär. Wie, dieser Hate. Ja, wenn ich ne Siren... Das ist kein Hate, das ist einfach nur... Das ist absoluter Hass in jedem zweiten Satz. Das Ding ist einfach, ne Navid... Damit lernst du nicht. Null. Weil ne Navid sich verpäppelt durch Durchschlagungskraft und Munition ohne Ende. Ja, reicht doch. Und jede andere Waffe ist tausendmal geiler.